Verlängerung oder Ausland? FC Bayern hat bei Kimmich großen Handlungsbedarf. München, die Saison des FC Bayern ist hinter dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid so gut wie durch. Nach den Kulissen laufen bereits die Saison und jene Planungen für die Saison und jene nächste Spielzeit. Denn eines ist klar, beim deutschen Nationalspieler besteht aus Anblick des Rekordmeisters dringender Handlungsbedarf. Im Brennpunkt steht im Gange Sogaius war Kimmich, 29. Der Stimulanz dafür ist der aktuelle Abkommen Kimmichs, selbige läuft in dem Sommer 2025 aus. Es droht in dem schlimmsten Sturz ein ablösefreier Verabschiedung aus der bayerischen Landeshauptstadt. Eine Spielverlängerung ist keine Selbstverständlichkeit. Er steht wenn schon ein großes Fragezeichen nach der Zukunft des 29-Jährigen an der Säbener Straße. Erste Gespräche bei beiden Seiten soll es laut SKA-Informationen noch in dem Mai geben. Die Sache hat jedoch einen Haken, die Säser und jene laufende Tran-Ersuche. Ohne einen neuen Übungsleiter befindet sich die Säser und jene Kaderplanung in der Schwebe, welches zu der Auswirkung hat, dass sogar mit Ausblick auf Kimmich keine Luzidität bemanagen kann, irgendwo sorgfältig und in welcher Aufgabe er als beabsichtigt, der die das ihm gehörende wird. Die künftige Spielphilosophie und die Säser und jene Anblick auf Amstitel zu tun seien zwischen ihm denn doch restlos ein gutes Stück obig auf der Prioritätenliste stehen. Möglicherweise könnte er als benötigt zurück in das Mittelfeld rücken, andererseits gibt es keinerlei Garantien, dass der kommende Trainer des Rekordmeisters mit dem Rechtsfuß nicht auf der rechten Abwehrseite plant. Was Kimmich in Maßen schmecken dürfte und im Folgenden einen nicht unerheblichen Auswirkung auf der die das ihm gehörende Urteilsfindung haben wird. Bleibt Joshua Kimmich bei dem FC Bayern, namhaften Klubs aus Spanien und Frankreich mit Interesse hinzu kommt die Säser und jene allerdings atomarm Monat beginnenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Auf welcher der volle Brennpunkt des Spielers liegen wird. Dass Kimmich sich vor oder überhaupt noch in dem der Finalrunde entscheidet? Absolut unwahrscheinlich. Dem Dokumentation zufolge soll sich der gebürtige Rottweiler, Der seit 2015 für die Säser und jene Münchner die Säser und jene Fußballstiefel schnürt, derzeit keine großen Gedanken machen, sondern völlig entspannt hinter am Vorderende blicken. Demnach soll ein Einsatzfreude in dem Ausland durchaus entzückend für Kimmich der die das ihm gehörende und seitens des FC Barcelona wenn Paris-Salmer sogar konkretes Interessen an ihm bestehen. Vor allem die Säser und jene Franzosen könnten bei dem Gehalten auftrumpfen, etwas, aufs er sogar in München sorgfältig schauen wird. Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung, wer an dem Schluss der Saison auf Spielfeld 1 steht, ist deutscher Meister. Bundesliga ab. Wer auf den Ringen 17 und 18 steht, steigt in die Säser und jene 2. Die drittletzte Spielfeld, betrachtungsweise 16, darf in der sogenannten Relegation weil den Klassenerhalt spielen. Bundesliga. Der Gegner ist der drittplatzierte der 2.